Hallo, in diesem Video möchte ich darauf eingehen, welche Abschlüsse im Fernstudium möglich sind. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arten von Abschlüssen, die über ein Fernstudium erworben werden können. Einerseits handelt es sich um akademische Abschlüsse an Hochschulen und andererseits handelt es sich um diverse Abschlüsse, die über Fernkurse und Fernlehrgänge bei Fernlehrinstituten erworben werden können. Schauen wir uns zunächst den Bereich der Hochschulen an. Für die Fernstudiengänge gelten die gleichen Regelungen wie für Präsenzstudiengänge auch. Lediglich staatliche und staatlich anerkannte Hochschulen dürfen Fernstudiengänge anbieten. Und Studiengänge mit einem Bachelor- oder Masterabschluss müssen akkreditiert sein oder akkreditiert werden. Im Wesentlichen sind es drei verschiedene Arten von Abschlüssen, die an Fernhochschulen bzw. Hochschulen mit Fernstudiengängen angeboten werden. Es sind zum einen Hochschulzertifikate. Dabei handelt es sich um etwas kompaktere Studiengänge, die sich meistens einige Teilaspekte der kompletten Studiengänge zum Bachelor oder Master herausgreifen. Es gibt die Bachelorstudiengänge als grundständige Studiengänge und es gibt die Masterstudiengänge, die als Aufbaustudiengänge entweder im gleichen oder auch in einem anderen Studienfach geplant sind. Hier unten noch zwei Bereiche, die in Klammern gesetzt sind. Das sind zum einen die Diplomabschlüsse. Die stehen deshalb hier in Klammern, weil die Diplomstudiengänge mittlerweile auslaufen. Es gibt nur noch ganz wenige Anbieter, die es ermöglichen, sich noch neu in Diplomstudiengänge einzuschreiben. Und zum anderen sind es die Promotionsstudiengänge, die im Wesentlichen nicht als reines Fernstudium durchzuführen sind, sondern allenfalls berufsbegleitend. Hier also der gesamte Bereich des akademischen Fernstudiums, der deutlich zu unterscheiden ist von dem Bereich des weiterbildenden Fernstudiums, dem Fernunterricht an den verschiedenen Fernlehrinstituten. Und bei diesen gibt es dann auch wieder ganz verschiedene Arten von Abschlüssen. Zunächst einmal sind hier die Abschlüsse zu nennen, welche die Anbieter selbst vergeben. Dort gibt es im einfachsten Fall Fernlehrgänge, die komplett ohne eigene Prüfung auskommen. Bei diesen ist es dann so, dass man wirklich nur den Kurs belegt und am Ende eine Teilnahmebestätigung erhält. Weiterhin gibt es dann Kurse, die mit einer Heimprüfung abschließen. Das heißt, es wird auch der Kurs bearbeitet. Meist am Ende des Kurses erhält man dann verschiedene Aufgaben, die zu bearbeiten sind, sendet diese ein an das Fernlehrinstitut und bekommt diese dann benotet zurück. Beziehungsweise erhält dann sein Zeugnis über die Teilnahme. Das Problem dabei ist halt, dass kein Nachweis möglich ist, dass man diese Prüfung auch wirklich selbst bearbeitet hat. Aussagekräftiger, auch wenn man sich damit bewerben möchte, sind da ja die Anbieterabschlüsse, die eine Präsenzprüfung enthalten. Auch dabei ist es halt so, dass man zunächst den Kurs komplett bearbeitet und meist gegen Ende steht eine Klausur an, vielleicht auch eine mündliche Prüfung. Und man erhält ein Zeugnis, meist auch mit Angabe der Noten, die an diesen Prüfungen erworben worden sind. Das ist auch für Bewerbung schon aussagekräftiger. Problem kann aber sein, dass das jeweilige Unternehmen die Fernschule nicht kennt und daher auch den Wert dieses Abschlusses und das Niveau insbesondere der Prüfung nicht einschätzen kann. Deshalb ist es so, dass viele Fernlehrinstitute auch Lehrgänge anbieten, die auf externe Abschlussprüfungen vorbereiten. Da gibt es zunächst den Bereich der staatlichen Prüfung. Dazu gehören zum Beispiel die Schulabschlüsse. Ein ganz großer Bereich ist hier das Abitur. Weiterhin sind hier öffentlich-rechtliche Abschlüsse zu nennen, wie sie zum Beispiel über IHK-Prüfungen erworben werden können. Und letztlich hier noch der Bereich der privatwirtschaftlichen Abschlüsse. Zum Beispiel ist es per Fernkurs auch möglich, sich auf SAP-Zertifikate vorzubereiten. Soweit ein kurzer Überblick über die möglichen Abschlüsse im Fernstudium, der sicherlich nicht alles abdecken kann. Wenn weitere Fragen vorhanden sind, stehe ich gerne dazu bereit, diese individuell zu beantworten. Stellt sie mir gerne hier bei YouTube unten in das Kommentarfeld ein. Oder schreibt sie doch ins Forum von fernstudiuminfos.de, das ihr unter www.fernstudium-infos.de finden könnt.